Musik Hey ho Leute und willkommen zurück in einer neuen Folge Let's Play Minecraft Matrix Und heute, äh, keine Ahnung was ich heute mache, aber mal gucken Ähm Da war doch irgendwas mit Holz und so, ne? Okay, wir brauchen erstmal eine Schaufel, glaube ich War das? Äh, da, 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 da Ich glaube, hier war das ganze Zeug drin, ja Ja, äh, die hast du mal, okay Vielleicht sollen wir mal ein Enchantment Table bauen Obwohl, wir brauchen Obsidian, äh, äh, äh Ähm Obwohl, ne, wir brauchen erst Bücher, ne? Kühe Wie viele Leder haben wir denn da so? Zehn Nur zehn, okay, das heißt, wir brauchen Weizen Irgendwo hier war Weizen, ja Und dann müssen wir die Kühe fortpflanzen, äh, hier Aber zuerst mache ich mal eine Schaufel, äh, aus dem Zack So Okay, dann machen wir erstmal eine Schaufel So Und Füttern die Kühe Beziehungsweise Wollt doch mal eben hier weitermachen Nein, 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 nein Ich hab einen Redstone abgebaut Fuck you Nur einen Redstone? Oh Gott Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Müssten, glaub ich, zwei Redstone gewesen sein, ne? Mist Jetzt würde ich das lieber aus Stein, aus Kobbel machen Dann weiß ich Was da los ist Ah, okay, ist der andere Okay Alles okay Alles okay Huh Meine Güte Für kurze Zeit ist da ein wenig Panik aufgekommen So Dann hätten wir das erledigt Äh, roten Teppich haben wir sogar auch noch Vielleicht kann ich hier drunter lieber Stein machen Erstmal So Alright I think we should Ähm Ne, wir gucken erstmal nach den Slimes Einen Sumpf Hier muss ich auch noch weiter bauen Könnt ihr mal Gravel suchen gehen oder so Aber erstmal Slimes gucken Slimes Hinten waren immer welche Gucken wir mal hier oben Ach ja, diese Welt, die muss noch so gut gestaltet werden Jo Ich glaube, hier kann auch nichts spawnen, weil, ähm Ach, sagst du schon Weil ich schon nicht hier bin Könnte sein Muss aber nicht So, ich brauche erstmal Gravel Äh Da hinten eine Gravelgrube oder so, ne? Kann ich hier den Weg weitermachen Das muss ich auch mal irgendwie berechtigen hier Aber, so Wir können ja mal Zuckerrohr hier ernten Weil Wir da auch noch jede Menge von brauchen So Ich glaube, hier haben wir alles So Dann ernten wir hier auch noch die Sachen ab hier So Schön neu anpflanzen So Hinten ist noch Zuckerrohr Oh, hier haben wir jede Menge Gravel Dann nehmen wir das so gleich mit Gott, da geht's ja richtig runter Krass, ey, so viel Gravel Ich muss hier wieder rauskommen Lasst mich hier raus Äh Dann ist sogar dieser komische andere Stein Äh, auch da Ist er Ganze Gravel Kommt zum Bau des Weges Die ganzen Blöden Tintenfische hier, ey Und Weg ist er So Das hätten wir Ups Okay Scheiß drauf Gib her Hopp Oh, hier ist noch mehr Gravel Okay Dann können wir die ganzen Wege Machen Können wir das hier vielleicht mit Erde füllen Ein paar Ein paar mehr Laternen müssen wir auch noch aufstellen So, jetzt aber erstmal hier raus So Noch mehr Zuckerrohr Noch mehr Weizen Vielleicht können wir ein paar Weizen Obwohl wir haben ja Weizen Anbauen, ne So Fütter ich jetzt mal eben die Kühe Das müssen wir auch noch alles Mal umändern hier Äh, so, Weizen Hat jeder alles? Hat jeder was? Ich glaube ja So, okay Machen wir einfach mal so Gucken, was dabei rauskommt So So, ich geh jetzt mal pennen Ich finde das Häuschen ist relativ cool geworden Finde ich Müssen wir das doch unbedingt machen Vielleicht können wir das, äh In zwei Minuten? Joa, schaffen wir Locker Ich bin ein Zombie Unheimlich Ähm What the fuck Okay Geht mir nichts an Da, 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 da Guck mal, wir haben hier Birke Vielleicht können wir hier mal eben Ja, sonst geht's hier gut, oder was? Können wir eben hier fertig bauen Dann kann das ja hier wieder zugebaut werden, ne? Dann können wir das hier Einkassieren Das Holz So Machen wir das hier wieder zu Machen wir mal jetzt einfach das Zack, zack, zack So So Und hier kommt natürlich wieder Holz rein Endlich mal Ist ein Boden fertig Wuhu So Dann haben wir hier Noch Machen wir mal den Und hier hinten hab ich irgendwo Verpiss dich, du Element Da ist er Hängt da in der Ecke Als wenn er meinen Pisten klauen will Ja Ich bin bereit für den Kampf Eins, zwei, drei Ja, krieg dich ein So Heu, heu, heu ist ja laut Gucken wir mal hier Gucken wir mal hier, ob wir hier was hinkriegen So Glauben hier muss, äh Ach komm, wir machen das rein Fertig Blauen Teppich haben wir nicht Endlich Da brauchen wir noch ein bisschen Blauen Teppich Oh, wir brauchen ganz schön viel Bisschen blauen Teppich Ja, äh, Hundi Ähm, hier fehlt noch Holz Und eine Treppe fehlt hier auch noch Du hast zwei Treppen Okay Ähm, dann mach ich die zwei Treppen Und wir brauchen hier noch dunkle Treppen Birkentreppen Okay, erstmal hier Eine von Und Birkentreppen So, okay Dann, äh, machen wir erstmal die einen hier dran Zack 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 Gut Dann hätten wir das Hier hinten die Treppe Oh, so wie unheimlich Blöde Spinne Der kommt weg Genauso, ja Zack Viel besser Jetzt kommt hier noch eine hin Und dann sind wir schon fast perfekt So Ähm Dann wollte ich Kiesweg machen Und, ja Nee So Kiesweg, ne Zu dem anderen Häuschen Beziehungsweise einmal um den Um den Brunnen rum Zwei breit Okay So Dann haben wir das schon mal Ups, so Ein wenig Zumindest Dann müssen wir hier noch Ähm Das hier wegräumen Und hier noch ein Stückchen Äh, ja Ich glaube, der muss da was ändern Oder Ja Der muss hier was ändern Das geht nicht Die Stadtgemeinde kann das nicht so akzeptieren So Da haben wir noch So Haben wir denn noch Äh, so Hier Ich opfer jetzt einfach mal den Clean Stone Damit ich hier was hinkriege So Ich glaube, das reicht Beziehungsweise haben wir auch nichts mehr So Hier müssen noch welche Äh, rein Kommt natürlich noch ein paar mehr Häuser hin Äh, weiß noch nicht wie Und wie die aussehen werden Aber Läuft So Hier müssen wir offen lassen Weil es ja hier weiter geht Geht's hier Weiter So In der Art Ja Ich würde sagen Das war's für jetzt erstmal Und dann sehen wir uns Nächste Folge wieder Haut rein Danke fürs Zuschauen Und bis dann Ciao